die 6 und 13 leute mit die 4 mit 6 startet und der 1 startet so wir kommen so langsam in den berufsverkehr wir kommen wirklich langsam in den berufsverkehr weil da würde mich jetzt mal gern interessieren was da alles so für Autos halt fahren wie viele davon so bei 6 Uhr so langsam müsste es dann losgehen also wenn man hier guckt die ja die strahlt einfach verkehrsdichte pur ach die Samstag, da ist gar kein berufsverkehr ja ok dann das ist ja kein Problem jetzt wo der 6 startet und der 6 kommen wir doch nicht gerade an jawohl naja eigentlich müssen die warum hält er da sieht man eigentlich Spuren ne man muss jetzt keine straßen erneuern oder sonst irgendwas ne ne wie viel waren da? da war eine 11 Schröder auf Buslinie 4 zu der Stelle mit 6 und 13 4 kam gerade mit 6 an kurz ist es immer einfach gleich da kommt mit 2 an so und ich started nix 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 war ja doch da ist die 2 ja okay also wie gesagt es ist immer ein Parkreich jetzt steigt aber so langsam die Verkehrsdichte da wieder so, das bräuchte, pfff, die Linien bräuchten eigentlich 29 Büsse so, die bräuchten, äh, zwei, blablablabla, zwei noch 22 und die bräuchten 23 ja, ich weiß nicht, ob das komplett wäre, also, ja, keine Ahnung da ist da ernsthaft eine Ampel, ne, da warten einfach mal einen Antibügel ja, so schaut's aus, liebe Leid 8, 8, 10 gut, alles chillig, sind alle froh, jawohl, sind alle froh Touris aber ich weiß, kann man das angucken? aber ist immer noch zu teuer aber ehrlich gesagt ist mir das egal ja was ist das? Zufriedenheit, 50%, ne, ne, muss er wissen Inspektoren sind das? Wartungspersonal Fahrer so Überfüllung zulassen 50% Zufriedenheit so Gehalt ja, komm dann Kippen wir denn halt mal 15 äh, 20 Euro so die kriegen dann nochmal, die kriegen dann 30 30 aber was ist denn das? Inspektoren Inspektion nehm wir einfach mal 200 nehm nehm wir einfach mal 500 oder so ja, 500 und die kriegen alle ja, keine Ahnung, so 50 oder so so ja, komm der Busfahrer noch ein bisschen mehr da geh die Überfüllung auch mehr drauf 90% ja, komm, kriege die jetzt 30 ja, und die kriege jetzt 40 so 98%, 99%, 99%, 99% sehr gut Rückzahlungen, was für Rückzahlungen ja, du musst dir mal einen kleinen Schnitt reinmachen weil mein Motor rein kann wo ich auf Facebook immer noch offen scheiße ach, egal so, was wollte ich denn machen ok, hier die Vierer voll ok, in der Vierer nummer lang hier ist der ähm oh shit, da waren elf Leute ok ja, der ist überfüllt ach quatsch 13 werden da schon oh shit ich glaube die Busse sind etwas voll würde ich mal so sagen gesamt mache ich ein Minus ok 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 binden wir einfach noch so nächte an dass wir einmal binden wir einfach noch so nächte an dass wir einmal da sind ja auch schon fast ok 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 Können wir vielleicht in einem machen? Hübischmal Was wird das in einem hinbekommen? Ja, das bekommen wir Lobo auf einmal hin Bis dahin muss ich auch noch mitnehmen Hi shit So, das ins Stadion Hab ich das nie mitgenommen, Alter Ja, sowas weckt mich jetzt unter die Silbe auf Ja, aber Kann man ja nichts machen Dann müsste ich ja so, 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 so In die Richtung Und dann in Und Kleinbahnstraße Miauu Und dann zu